So, 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 hallo, hallo und willkommen zurück zu Let's Play Pokemon Snap. Ja, letztes Mal haben wir den Tunnel erfolgreich, naja, mehr oder weniger besucht und haben die Pokémon-Nahrung erhalten, also einen Apfel. Und ich würde sagen, da machen wir direkt weiter, denn wir müssen ja immer noch einen Weg finden, um weiterzukommen. Es gibt nämlich noch mehr Strecken als die beiden hier. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an. Ja, auf geht's. So, Pikachu, du, dich fotografieren wir gleich mal wieder, damit du ein bisschen weiter gehst, zack, und dann hier auf das Bällchen drauf springst. Oh, schön groß, oh, schön groß, schön groß bist du. So, jetzt haben wir hier übrigens einen Apfel, den wir mit A werfen können. So, hallo, Elektrik, na, na. Den kennen wir übrigens die Pokémon auch abwerfen. Also ich könnte nicht bloß Nahrung damit, die als Nahrungspartikel verwenden. So, ist Kukuna leider wieder nicht erwischt, weil ich dumm bin. Ja, kennt man ja, ne. So, hallo, Kukuna, na. Alter, jetzt hat mich das Elektrik aufgehalten. Ist nicht wahr. So, Kukuna, komm, her. Ach, Mann. So, Elektrik, ähm, Elektrik, Wald, du Platz, danke schön. So, Kukuna, dich kriege ich jetzt, dich kriege ich. Alter, jetzt habe ich das bekommen, oder? Hoffe ich. So, Kukuna? Kukuna, irgendwo noch? Und ich als Nein? Oh, nee. Ich will doch ein Kukuna. Dumm. Egal, dann halt weiter. Das ist zum Beispiel auch schlecht. Schön. Nee, da ist Pikachu, bringt eh nix. Ich werfe da lieber ins Wasser rein, weil, wenn man da ins Wasser reinwirft, kommen eventuell... Ihr wisst natürlich alle, ne, was hier rauskommt, eventuell. Da kommen wir natürlich Kamadors raus, eventuell. Und die will ich mir holen, weil die hatten wir noch nicht. Und so. So. Dann halt hier versuchen. Jawohl. Ja, Kamador, jawohl, komm her. Schön. So, dann vielleicht mal Dinget. Oh. Boah. Alt-Polo? Oh Gott. Ja, es ist schwer. Und das habe ich, glaube ich, erwischt. So kann ich euch die Elektrik hier abwerfen. Bringt das mir was? Ich glaube, das hat mir irgendwas gebracht. Nee, da greift mich einfach an. Okay. So, jetzt hier die Diktas auf jeden Fall. Diktas, Diktas, Dikachu. So, dann noch mehr, Diktas, Diktas, Pikachu. Zack. Da noch mehr Diktas. Diktas, 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 Pikachu. Ja, da kommt nämlich hier Diktas, Diktas, Pikachu. Muss man nicht immer abwechselnd fotografieren, sonst läuft das Teil nicht weiter. So, Diktas und Pikachu. Oh, da musst du nur die Diktas machen. Ich muss nur die Diktas machen. Oh, da kommen hier nämlich drei Stücke raus. Ach, du heilige. So, da werfen wir hier das Magnetilo ab. Weil die Magnetilos, äh, die wenn man nämlich abknallt, dann kann man die, glaube ich, fotografieren. War das nicht so? Das war doch so irgendwie, oder? Ja, genau, wenn man die anlockt, dann kann man die fotografieren. So, und das wird hier zum Beispiel Magneton und ich muss da hinten das Elektrobald noch abschießen. Wie schaffe ich das noch? Ja, es hat nicht mehr funktioniert. Ah, ist jetzt nicht wahr, oder? Oh, dumm. Das hat jetzt ernsthaft nicht funktioniert. Oh, mein Gott. Ah, bitte ich schlich. Genau deswegen, wo, weshalb ich überhaupt rein bin, hat natürlich nicht funktioniert, auch ich bin der Beste. Ich meine, es liegt doch alles noch explodiert, aber da habt ihr gesehen, dahinter war eine Steinwand, ne, und, ja, super. Ja, ja, komm, mach ihn. So, wir kennzeichnen wieder unsere Bilder. Von Platzschule haben wir ja ganz viel diesmal. Und das sieht doch perfekt aus, glaube ich. Dann, ah. Das ist von Elektrobald. Hm, das ist klar. Ne, man, äh, Elektrik. Welche Wahrscheinlichkeit bekommen, nehme ich an. Aber egal. So, von Elektrobald. Oh, das sieht doch schon mal gut aus. Ah, das ist wieder zu klein, ey. Ah, das ist viel zu klein. Das, ah, dumm. So, zu Bad, das bin ich gespannt, ob das früher ist. Apollo, aber das war ja nicht mal schlecht eigentlich, ne. So, das Kamado haben wir auf jeden Fall gut erwischt. Dann, dick, das. Dick, das. Nehmen wir... Puh. Nehmen wir das hier, aber das ist nicht in der Mitte, ne. Dim, 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 dim. Ja, nehmen wir das hier. Komm. Egal. Und dick, riesen, nämlich am besten das von... Vom Schluss... Ja, ich nehme mal das hier. Zack. So, Magnetilo. Haben wir die zwei, nämlich mal das hier. Magneton, ne, das, das. So, ich weiß nicht, wie viele von Magneton drauf sein muss, auch ein Bild. Ich glaube nicht mal allzu viel, ich nehme mal das hier. So, und zack, zu Profesor Eicher. Dim, 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 dim. Wow. Ja, ich bin schon auf einen Ball, das kennen wir schon. Der Profesor. Oh, ist aber größer, oh, ist das gut. Das ist gut. Sehr gut. Elektrik, die ist an die Kleine. Na, das war nichts. Das Elektroball. Oh, größer Tausend. Oh, bessere Prose. Oh, ja, voll. Ich glaube, das geht gar nicht besser, das Bild. So, ich bin gut, oder? Ja, du warst nicht mehr nah dran. Oh, mich auch. Avatar. Sehr gut. Hat genau... Ach nee, diesmal ist es in der Mitte vom Bild. Sehr gut. Hat aber genau dieselben Werte gehabt. Schön. Oh, ist größer. Sehr gut. Gut gemacht. Ja, ich bin halt einfach toll. Oh, das ist auch noch größer. Gut gemacht. Ich bin aber entsetzt. Kling. 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 Jawohl, das ist in der Mitte. Sehr gut. Gut, haben wir einen Dick da auch. Das Dickdrehen. Ist sogar kleiner. Was zum Teufel. Okay. Wow. Ja, dafür gibt es halt die zusätzlichen Dickdassen ordentliche Punkte. Groß gemacht. Ja, es ist viel besser natürlich. So, als haben wir hier ein neues Magnetilo. Kling. Wow. Oh, 400 Punkte durch weitere Magnetilos. Ja, da ist nämlich auch abhängig, wie groß die zu sehen sind. Schön. Ich bin gespannt. Magetron. Jawohl. Das passt bis jetzt. Wow, sehr gut. Gut, haben wir schon wieder ein bisschen was Neues. Ja, ja, es gibt einen versteckten Pfad. Ich weiß es, den habe ich leider nicht geschafft. Willkommen zurück. Deswegen würde ich sagen, ihr macht es einfach gleich nochmal, ne? Also schön war. So, diesmal scheiße ich aber aufs Pikachu. Ehrlich gesagt. So, dann bringe ich lieber das Elektroball zum Explodieren. Oder? Oder ich schieße das Elektroball. Ist auch eine Idee. Elektroball. Ich will dich abschießen. Komm her. Komm her. Jawohl, jawohl, jawohl. Ich glaube, das war gut. Aber jetzt werden wir gleich wieder angehalten, nehme ich an. Oder nicht mal. So, Kokuna, Kokuna, Kokuna. Jawohl. Jetzt werden wir gleich wieder angehalten. Kling. Fahren wir in den Arsch vom Elektriker rein. Kokuna, jawohl, das habe ich erwischt. Hör, ne, ne. Kokuna, komm her. Greift mich das Elektrik an? Ne, oder? Nö, schade. Als wenn du mich nämlich angegriffen hättest, dann hätte ich zusätzliche Punkte bekommen. Denke ich. So, super, da haben wir ein gutes genug. So. Wie, wie, es kam irgendwann mal ganz viele Kokuna so runter. Ich weiß aber nicht mehr, wie das ging. Ich glaube, da müssen wir alle treffen oder so. Ich habe keinen Plan. Null Ahnung. Egal. Ich hoffe, wir haben diesmal ein gutes. So, ich glaube, das Alpollo, das lasse ich ja auch mal. Ich gehe mal auf Kamador. Kamador, Schuhe. Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Schade. Da vielleicht. Ui, ui, Kamador, komm her. Jawohl, das war gut. Fiu, 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 fiu. Kein, weil er ist Kamador. Schade. Und das Alpollo. Wie will ich das Alpollo? Ich glaube nicht. Und diesmal warte ich noch ein bisschen, bis ich das Ding da fotografiere. Jetzt ein bisschen größer ist. So, am besten jetzt dann irgendwann. So, komm her. Dick, Dick, Dick. Pikachu. So, jetzt aber, hier. Dick da, Dick da. Pikachu. So, jetzt aber, jetzt, 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 los. Nein, oh. So, jetzt kommt die Dickdrys schon. Zack. Oh, das ist immer auch groß, ne? Dim, 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 dim. Oh, das ist groß. Ach, du Heilige. Das habe ich gut erwischt. Und jetzt hier die ganz großen. Oh. Uh, 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 uh. Das war gut, Leute. Das war gut. So, diesmal konzentriere ich mich aber auf den Elektroball dahinten. So, Maketilo, kommst du vielleicht her? Wichtig noch, komm, vielleicht. Flack, 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 flack. Okay, fast. Und jetzt, das Elektroball dahinten. Elektroball, elektroball, elektroball. Oh, explodier. Du dummes Vieh. Ähm. Okay. Jetzt explodier einfach mal zweimal. Aber es liegt nen Weg frei. Oh. Spiel übrigens mit der besten Grafik-Engine der Welt. Kennt man ja, ne? Aber ich mag's. Ist ein tolles Spiel. Ja. Tim, tip, 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 tap, 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 tap. So, jetzt bin ich aber mal gespannt. Elektroball, haben wir ein ganz großes. Bin ich gespannt. Kokuna, müssen wir doch auch irgendwo ein großes haben. Oh, da haben wir massig. Aber groß ist was anderes. Das ist noch mit das Größte. Ich hoffe, dass es in der Mitte. Ich hab' ich ein Problem. Oh, das kann man nur schön. Oh, das ist schön. Hm. So, dick, da haben wir auch große. Das da zum Beispiel. Dim, 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 dim. Das neb' ich sogar. Und Dicktree. Oh, Dicktree haben wir natürlich. Total tolle, ne? Ähm. Da sieht man noch. Sieht man da das dritte Dicktar? Dicktree. Ich nehm' einfach mal das. Dann mach... Nein, ich mach' nicht. Zielo. Nehm' ich mal... Das. Ich hoffe, dass es in der Mitte ist, aber ich... Das ist in der Mitte. Egal. Haben wir noch irgendwas? Vergessen? Dim, dim, dim. Ja, die Pikachu gebe ich gar nicht ab, weil... Das ist... Nutzlos. Ja. Dim, dim, dim. Dim, 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 dim. So, jetzt bin ich so spannend. 970. Ja. Ja. Oh, ich hab' gemacht. Wow, das war echt sogar besser. Wahnsinn. 310er, endlich. Oh, danke. Carpador. Größe? 500, jawohl, das ist größer. Oh, sehr gut. Sehr gut. Gut gemacht. Ich auch damit zufrieden. So, es dick da... Aus, größer. Ah, da passt's. Gut gemacht. Jetzt bin ich aufs Dickdreh gespannt. Na, das muss jetzt aber... Das Hammerbild sein. 860. 1000 Grusel. Wow, und es sind weitere Dickdrehs im Bild. Dafür gibt's nur 300 Punkte. Was? Alles klar. Ah, 4.000 Punkte, das Bild. Das ist schon beachtlich. Oh, bitte Seite, bitte. Ja. Wow. Sehr gut. Na ja, viel besser ist es nicht, aber... Es ist besser. So, haben wir eine neue Art? Ja. Die, 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 die... Willkommen zurück. Willkommen zurück, ja, ja. Leute, du hast eine Abzweigung gefunden. Meinen Vorschläge nach, füge sie zu einer neuen Strecke. Es ist alles vorbereitet. Du kannst die Strecke nun erkunden. Ja. Ja. Vulkan. Die Brodeln. Ne, Quatsch, das finde ich. Ähm, Moment. Die Brodeln, Lava, Heiztisen und ganz schön auf. Da kommt man leicht ins Schwitzen. Ha, ha, ha. Ja. Gut, Freunde. Aber ich würde sagen, das machen wir erst im nächsten Part. Ähm. Ja. Das machen wir erst im nächsten Part. Und damit würde ich sagen, das war's ja mal wieder für eure Freunde von Let's Play. Äh, Pokémon Snap. Und ich würde sagen, man sieht sich dann im nächsten Part wieder. Also dann, bis dann. Tschau, Leute. Bis dann. Tschau. Tschau. Untertitelung des ZDF, 2020